Bish, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video und diesem wunderschönen Tag. Mit dabei ist Luca. Luca, wuhu. Luca. Oh, verdammt. Luca, hi. Na, wie ist die generelle Stimmung bei dir im Haus drin? Ich hab so Hunger, ich ess grad nebenbei was. Was isst du grad nebenbei was? Ich ess grad ein Brötchen. Mh, mit was ist das drauf? Das ist mit Wurst drauf. Das ist für mich eigentlich kein Problem, weil ich spiel eh mit einer Hand. Ja, weil es so gut bist. Ja. Leute, das wisst ihr vielleicht noch nicht, denn Luca ist jetzt natürlich beim Summer Skimisch. Platz 3 gewesen hat. Nur am Ende gegen Tiffium 1 gegen 1 verloren. Und Luca ist halt der beste Fortnite-Spieler der Welt. Das wissen die Leute nicht. Und er hat gesagt, er will mir heute mal ein bisschen was von seinem Skill zeigen. Wollen wir Lasylinks runtergehen, Bruder? Nein, ich sag dir, wohin gehen. Okay, wohin gehen wir? Du bist ja der Pro-Gamer. Luca, da ist das Wasser? Also, ich weiß jetzt nicht. Luca, Luca, also, wenn wir jetzt vielleicht ganz kurz einen Punkt auf der Map finden würden. Dann gehen wir hier hin. Wie lange bist du jetzt schon Pro-Gamer? Willst du was von meinem Brötchen abhaben? Nein, danke. Aber nett, dass du fragst. Welches Level bist du denn gerade im Fortnite? Drei. Drei? Aber das ist dein Smurf-Account, das nehme ich an. Du hast den anderen schon bis Level 100, oder? Nein, das ist mein Haupt-Account. Aber ich bin mehr an das Statement, weißt du? Ah, okay. Das heißt, bevor du quasi immer den epischen Sieg bekommst, diskollektest du einfach, damit du quasi keine EP bekommst. Ja, das macht Sinn. Ich bringe ihn runter auf einen HP und dann diskollekt dich. Ah, okay, okay, okay. Das ist mein Lieblingshaus hier. Ja, wie heißt das? Haus. Ja, gut, bei mir haben wir einen Häusernamen, aber ich bin ja auch objektophil, ne? Ja, das stimmt. Das kommt dann noch dazu. Ich habe einen Sniper. Sehr schön. Warst du nicht sogar einer der besten Sniper 2018? Gab es da nicht diese Abstimmung, dass du... Ja. Ja. Und wie ist es jetzt eigentlich für so ein Pro-Team zu spielen, weil das machst du jetzt auch ja noch nicht so lange? Entschuldigung, wenn das so weitergeht, also ich mache eigentlich keine Interviews. Ich gebe das nicht. Das muss über mein Management laufen. Ach so. Ja, nee, wir können das auch. Wir können doch einfach ganz normal eine Runde spielen, Luca. Das passt auch. Dann komm mal her zu mir. Ich habe mir dann einen Schatten für dich. Das sind die Schatten, du kannst mir ja Sachen fragen. Wenn du möchtest, du antwortest nicht. Also, wir sind ja nah beieinander, ne? Ja, dann kommt noch mal rüber. Hier sind Steps. Hey, wie? Luca, komm mal her zu mir. Hier sind Steps. Komm du zu mir. Ja, aber warum? Hier waren noch Gegner. Luca. Luca, wo bist du? Luca? Ja, ich bin direkt neben dir. Oh, du bist der Busch, Alter! Ja! Hier vorne sind wirklich Gegner halt, ne? Also, mit dem Haus hier. Wo? Hände ich? Warte, komm her. Au! Darf ich nicht? Moment mal, mein... Ey, das sind Gegner, das sind Gegner, das sind Gegner. Oh, ist down. Habt ihr einen? Ach so, das war ich aber. Das war ich. Ach so, ja gut, dass du da warst. Danke dir, ne? Kein Problem. Falls du was war Hill brauchst, sag. Wenn du war Hill brauchst, dann sag ich. Ah! Ah! Ich bin so gut wie tot. Ja, ich auch. Au! Ich bin tot. Na gut. Soll ich ein bisschen ASMA für dich machen nebenbei? Ah! Danke, ich... Ah! Warte, ich hab so eine neue Soundmaschine mir gekauft. Guck mal, die kann pupsen. Warte. Guck, hörst du? Ja, mach mal. Bist du bereit? Ja. Gehört? Ja, ist zu... Ich kann auch klatschen, guck mal. Hörst du? Mega, oder? Geil. Ähm, willst du dich einfach ready machen, damit wir eine Runde... Also... Guck mal, was ich auch noch kann. Ja. Ja, ich kann auch noch rülpsen. Hammer, oder? Dann macht dich doch einfach bereit, Luca. 13 Euro, ich kann auch pfeifen. Also... Es ist einfach angenehm. Es tut einfach gut. Es tut einfach unglaublich gut. Dankeschön. ASMA war auch schon immer so eine Sache, die... Ja. Danke dafür, ASMA, Luca. Scheint es ja nicht die einzige Person zu sein, die Fortnite und ASMA langzeichen hat. Danke, danke wirklich. Es sind noch ein paar Sachen, die haben mir irgendwie im Leben gefehlt. Oh! Okay. Luca, ich weiß ja nicht. Jule, kannst du da vielleicht... Mal kurz helfen? Ist auch schon direkt ein Gegner. Hab einen. Ich bin tot. Mach den! Komm, ich hab den... Der ist one hit, Alter. Gib ihm, Bruder. Gib ihm. Revi! Komm, Juge! Yes! Finish den, Alter. Guck mal, mein Hund ist böse. Luca, wenn du kurz liegen bleiben würdest, dann... Macht Spaß mit dir. Du bist einfach schlecht. Aber ich hab jetzt also den Arsch gerettet, deshalb... Ich hab keinen Arsch. Gib doch! Ich hab den gefunden. Ja, hier. Dann nimm zwei. Hier, komm. Nimm. Nimm zwei? Ist das hier im Placement jetzt auch noch? Ups, hab ich dir gar nicht gesagt. Ja. Warte, ich mach nen Sound für dich, okay? Ja, bitte. Ah, das ist genau der Sound, den ich fürs Placement brauchte. Das ist ja super. Dankeschön. Ja, okay. Oder der hier. Ne, der hat nicht ganz gepasst. Düt, düt. Luca, warum hast du dir sowas gekauft? Digga, 13 Euro. Ich hab auch noch nen Raketensound, glaub ich. Ja. Kämpfst du schon wieder mit? Machst du bestimmt wieder Knallspiele hier. Ich würde halt hier gerne vorne den nächsten Gegner pushen. Also, warte mal, da vorne ist jemand. In dem Hühnerstall fährt die Mutter Motorrad. Der hat zwei Hits von mir bekommen. Ehrlich? Ja. Ehre. Ich hab ne graue AR und ne graue Taktische. Einer ist nockt. Von da hinten rechts, von da hinten rechts. Wo? Komm mal mit Luca, helfe mir mal lieber pushen. Soll ich mich auch von außen pushen? Komm mal her mit Luca, helfe mir mal lieber. Ich bin mit dabei. Gar kein Problem. Tschüss. Luca. Ah. I'm getting fucked. Ist down. Hab den. Ich hab den. Ich hab den. Ich hab ein Medipack, für den ich keine Sorge bin. Luca ist ein Gegner. Wo? Ich bin down. Einer von denen ist low. Hab einen. Der andere ist low, der andere ist low, der andere ist low. Kannst du holen, kannst du holen, kannst du holen. Der andere schwarze Ritter ist wirklich low, Luca. Komm schon, komm schon. Ja, okay, das, den hole ich. Das ist gut. Kein Problem. Komm, Digga, bevor er sich hochzieht. Oder zieh mich dann hoch. Wie du magst. Aber geh am besten. Ne, hier ist er, hier ist er. Unten. Unten, unten, unten. 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 Er findet mich. Du, mein Sohn. Luca. 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 Hier ist keiner. Mann, zwei Leute unten im Haus. Warum hast du neuen Appell, wenn da keiner ist? Links. Da. Ja, findet ihn. Find ich ihn. Find ich seine Kopfhörer hat den Motor. Ja. Ah. Der lag schnell am Boden. Wie kannst du daneben schießen? Hey, ne, es passt. Hast du wirklich gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. Da hätt man auch, also da hätt auch jetzt. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt hier Pferde galoppieren. Das wär so easy. Junge, aber ich schwöre, meine Maus hängt manchmal einfach übertrieben. Ich glaub, dein Gehirn hängt manchmal übertrieben. Gehen wir nochmal direkt da runter, oder? Ich bin tot? Ja. Mach die Mocke aus, Junge! Boom! Digga, es macht halt echt einfach keinen Spaß, mit ihm zu spielen, so, ne? Ja, tut mir leid. Ich sterb halt jedes Mal, ne? Ja, ja, ja. 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 Summerskill mich, Alter. Auf geht's? Ein Loch! Na, Junge, ich höre diese Maus weg die ganze Zeit! Hallo. Ich schwöre, ich will hochgucken! Es geht einfach nicht! Okay. Mann, das kann doch nicht wahr sein! Soll ich dem eine Tomate in sein Gesicht schmeißen? Guck mal. Ich weiß ja nicht, was du jetzt davon hast, ne? Na dir. Ach, hast du das auch gekauft? Alter, hast du Geld? Ja, du auch? Von YouTube hab ich das. Bruder, ja, mal ein bisschen. Ich hab auch, äh, ein eigenes Büro. Ehrlich? Ja. Jo, da ist einer auch mit drin, Drewy. Ich schwöre, gib mir schnell ne Waffe, Bruder. Gib mir schnell ne Waffe. Bruder! Bring den direkt um. Waller, ich hab nix! Geh vor, geh vor, geh vor! Hier ist der, hier ist der, hier ist der! Geh du vor! Nein, töte ihn doch! Der ist tot. Okay, bring ihn um. Hau ihn um, hau ihn tot, hau ihn tot. Ja, ich hau ihn tot. Nix kannst du! Haaa! Hab einen Kill. Komm mit. Steps, 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 steps. Aus nach unserem Haus. Er ist in der Garage, Digga. In der Garage. Ich gönn mir den, ich gönn mir den Lappen. Super low. Ich ist down. Ich hab dich angeschossen. Ne, ist kein Problem, also. One of them is hit very good. Ball einfach mal auf die. Den könnt ihr den Sniper haben, Bruder. Pass auf. Halbense. Ja, ich lauf mal zu dir rüber. Oh, was bist du da hinten? Hä, Digga? Wo bist du denn, Junge? Ich dachte, du wärst doch bei mir. Du bist kilometerweit weg. Och Mann, du Farce! Was machst du denn? Ich dachte, du bist doch bei mir. Hey, Junge, guck doch auf die Map. Du, da seh doch, wo ich hinlaufe, du Affe. Was machst du denn? Hey, dann push die doch jetzt wenigstens, Mann. Mach jetzt! Luca! Mann, Junge. Du hättest mir so helfen können, Digga. Du hättest wirklich nur da sein müssen. Hey, Luca, jetzt sind wir trapped im Keller. Wenn du jetzt hier auch rein... Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Bleib da, bleib da. Luca. Mann, Junge. Luka, warum kommst du denn auch da rein, wenn ich sage, geh woanders hin? Mann, Junge. Nenn das Video so, Most Epic Fortnite Fails. Playing with a Noob. Ich carry ein Noob in Fortnite. Ich schreibe, ich spiele nie wieder mit ASMR, Luca, Fortnite. Luca? Wenn ich ein bisschen besser ASMR gemacht hätte, dann wäre das auch noch besser geworden. Aber du musst mich einmal unterbrechen. Bist du auch down? Nee, ich... Äh, nee. Warum bist du denn schon wieder gestorben? Weil ich dich versucht habe zu retten. Du warst gar nicht da, wo ich war. Ich war ja gar nicht down, also... Doch, ich wollte dich doch retten, du. Ja, aber ich weine. Bist halt nicht da, du war. Ja, aber ich weine. Bist du mal sauer, wenn man dich nicht rettet. Deswegen wollte ich dich diesmal retten. Ja, wie wolltest du mich denn retten, ich weine? Leckerm Schick. Was trinkst du da denn, Jens? Schildtrank. Um 15 Uhr? Ihr unter der Woche? Ja. Da rufe ich echt mal eine Suchtberatung. Nee, das muss auch nicht sein. Okay, jetzt einfach... Ruhe, 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 ruhe. Ruhe, 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 ruhe. Sag mal leise. Okay, Rewi, bin ich jetzt mal gespannt, ne? Was das da jetzt wird. Aha. Hast du mich jetzt hier gemutet? Nicht mehr. Rewi, der ist über dir, der ist über dir. Rewi? Sehr gut. War nicht so gut, aber war doch toll. Sehr gut. Rewi, geh weg. Ja. Geh eine Runde baden. Achtung. Was? HÄÄH! Ist kein Problem, aber, gewinnt. PENZEINE! UMMENZEIN! UMMENZEIN! Okay, ich melde dich auch noch bei der Aggressionsbewältigung an. Nein, brauchst du nicht. Komm, eine Runde geht noch. Können wir jetzt bitte mal zusammen ein win holen? Ein Re-win? Zeit. Ach man, Luca. Ich spiel nicht mehr mit dir. Also spätestens heute Abend im Stream. Aber sonst noch schon. Komm, wir gehen nach, 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 ähm, nach Pleasant ... Ähm, nach ... Also, es ist nach Paradise Palms, Paradise Palms, Luca, das ist doch... Ja, ich kann nicht reden. Luca, schaffst du das vorhin? Bro, ich hab'n Kill. Zwei Kills. Ähm, also im Scoreboard seh' ich jetzt hier nichts. Ja, das hängt manchmal. Komm mal, komm mal lieber zu mir, Bruder. Hab' vier Kills. Du hast null. Fünf. Ich bin tot. Soll ich denn mal so'n Schnottuch vor mir zukommen lassen? Ähm, ich fänd's geil, wenn du meinen Socken reinschnodderst. Wenn man jetzt mal wirklich darüber nachdenkt, wie verrückt das eigentlich ist, dass... Keiner passiert. Ja. Das übelte. Viele andere Leute würden natürlich auch sagen... Nee. Also das, was... Ich hab' mich jetzt heute noch mit jemandem unterhalten und der meinte halt einfach nur, dass es... Bedeutet, wenn ich das Mama sage, du das aufhören solltest. Kann man aber auch nicht pauschalisieren. Es kommt natürlich immer drauf an, was halt die einzelnen Protagonisten sagen und vor allem auch die einzelnen Leute, die da irgendwie mit involviert sind. Nee. Ich sag halt immer... Ich bin hässlich und ich bin stolz. Das ist zum Beispiel was, wo ich eher sage... Hochniesige Zicker. Aber da muss auch jeder für sich selbst entscheiden, was er da sagt. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach kann man eigentlich nicht hingehen und Leuten... Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Ja. Ja, das stimmt. Außer es ist halt wirklich gerade der... Bi-ko-nee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee. Wenn du das mal sehen wollt. Ich könnte das natürlich jetzt auch gewinnen, aber ich will nicht. Ich muss los. Ja, ich wollte auch die ganze Zeit gewinnen, aber ich wollte auch nicht. Ich hasse es zu gewinnen. Ich sehe keine Gegner. Luca, was macht man da? Beratung? Digga, bau dich ganz hoch. Und dann? Bau dich mal wirklich ganz, ganz hoch. Wollen wir so einen ganz hohen Turm. Zeig mal, wie schnell du bauen kannst. Nee, will ich nicht. Kann ich so schnell bauen. Ja, aber du fällst dir nur Bäume. Was ist denn das für ein Kackvideo? Bei mir sehen die Leute Wins. So, das war zu viel. Ich habe auch Gefühle. Ja. Nee. Doch. Du bist ja so ein Lapten. Ja, ich kann es leider nicht. Was soll ich machen? War das nicht meine zweite Auto-Plattform? Natürlich. Die wird direkt zerbombt. Guck, da kommt die Gegner. Da unten kommt einer. Der wirft! Du bist tot. Bro, ich will echt nicht pushen, aber du hast echt voll verkackt, ne? Die zerballern echt einfach nur den Schwum. Komm, Revi. Nein. Toll. Super. Hast du klasse gemacht. Super auch, dass du da daneben gebaut hast. Ja. Klasse. Das ist toll. Also, da muss ich direkt mal sagen. Mann, es waren 13! Halt deinen Maul um, mein Sohn! So. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall nicht bei Luca vorbei. Ich muss jetzt los. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!